Guckuck, da sind wir wieder, zurück aus der Sommerpause und jetzt geht's mit großen Schritten zu auf die Medientage München vom 23. bis zum 25. Oktober im House of Communication, natürlich in München. Das Motto in diesem Jahr der Medientage Realities. Das Konzept von Realität, das schien ja irgendwann mal ziemlich klar zu sein, denn was ist, was Fakt ist, was einfach da ist, das ist doch die Realität, oder? Ganz so einfach war das natürlich noch nie, aber inzwischen scheinen die verschiedenen Realitäten immer weiter auseinander zu driften, in denen unterschiedliche Teile der Gesellschaft offenbar leben. Das zeigt sich in Wahlergebnissen wie in Thüringen und Sachsen, das zeigt sich in den Kommentarspalten im Netz und zunehmend auch auf den Straßen. Und mit künstlicher Intelligenz kommt ein weiterer, immer bestimmenderer Faktor dafür hinzu, was für uns Realität eigentlich ist. In diesem ganzen Spannungsfeld steht die Medienbranche und über dieses Feld sprechen wir bei den Medientagen im Oktober. Starten in die heiße Phase sozusagen möchten wir heute mit einem Blick auf KI, denn auch da standen die Entwicklungen in der Sommerpause natürlich nicht still, denn die KI macht keinen Urlaub. Und tun möchten wir das, wie ihr es hoffentlich gewohnt seid bei This is Media Now, mit einem konstruktiven Blick in die Praxis. Jetzt geht's los. Das ist Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts, zur ersten Folge nach der Sommerpause. Für viele in der Medienbranche hat das Thema KI ja vor allem so in den letzten beiden Jahren, kann man vielleicht sagen, so richtig an Fahrt gewonnen, so in der Breite der Medienbranche. Da kam dann das uns inzwischen wohlbekannte Chat-GPT auf und natürlich gibt's aber auch schon diejenigen, die sich sehr viel länger mit dem Thema auch schon beschäftigen, denn KI ist ja kein ganz neues Phänomen, auch im Journalismus, in den Medien nicht, aber hat wie gesagt natürlich eine neue Relevanz gewonnen in den letzten, ja so zwei Jahren. Er hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, redaktionelle Prozesse in Medienhäusern zu optimieren, was er unter anderem mit dem WDR tut. Optimieren ist ja auch so ein Wort, bei dem die einen so freudig aufblicken, andere vielleicht kurz auch erschrocken zusammenzucken. Aber über all das wollen wir natürlich jetzt sprechen mit ihm. Hallo Jochen, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir so ein bisschen einsteigen in die Tiefe sozusagen deiner Arbeit, was du so machst mit der Convict GmbH und dem Thema KI in Medienhäusern, habe ich am Anfang so ein paar Fragen, da würde ich dich bitten, vielleicht relativ kurz zu antworten, damit wir so einen Eindruck bekommen, wo du so stehst und wo du so herkommst. Ich meine, du beschäftigst dich ja sehr lange schon jetzt dann auch mit der Frage, wie KI Journalismus helfen kann und Redaktionen helfen kann. Deswegen würde mich am Anfang erst mal interessieren, was denn für dich eigentlich guten Journalismus ausmacht. Das ist natürlich direkt die Frage, die darauf abzielt, was ich, sagen wir mal, nicht mal meinen eigenen kann. Genau, so von außen schaust du ja, so als technischer Dienstleister schaust du ja drauf, genau. Ja, guten Journalismus macht aus eine, ja, ich würde sagen, wenn ich es ins Blaue spreche, die Fakten zu sortieren, die öffentlich relevant sind oder für die Zielgruppe halt relevant sind und dann in einer Weise aufzubereiten, dass sie für die Menschen verständlich werden, dass sie eingeordnet werden in größeren Kontext und ja, dass ich auch, sagen wir mal, aktuell schnell informiert werde. Gut, zweite der schnellen Fragen. Wir kommen ja aus der Sommerpause gerade, aber wir wissen natürlich alle, KI braucht keine Pause, macht keine Sommerpause. Was haben wir denn verpasst eigentlich im Urlaub? Also wenn du auf die letzten, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen vielleicht schaust, welche Entwicklung hat dich da oder auch insgesamt vielleicht die Branche denn am meisten beschäftigt, beeindruckt? Fällt dir da was ein, so was gerade so ganz aktuell vielleicht ein Thema ist? Ja, also ich würde mal sagen, das kann man jetzt gar nicht so richtig einordnen, diese letzten sechs Wochen. Das sind alles, glaube ich, Inkremente in einem größeren Kontext, die wir jetzt sehen seit ungefähr November 2022, seit diesem Chat-GPT-Moment. Und da haben wir ja durchaus gelöst auch eine große Innovations- und auch eine Investitionswelle gehabt, die jetzt auf allen KI-Bereichen einfach treibt. Und ich würde sagen, jetzt könnte man sich natürlich einzelne Modell-Updates oder sonst irgendwas rauspicken, aber ich glaube, das wird dann zu kleinteilig. Ich denke, die größeren Stränge, die sind im Moment wichtiger zu hoch. Ist ja auch eine Erkenntnis, auf jeden Fall. Dritte der schnellen Fragen. Wann und wie hast du eigentlich gemerkt, KI und Medien, Journalismus, damit will ich mich näher beschäftigen? Ja, das war eigentlich ganz zu Beginn. Nach meinem Studium bin ich zum Fraunhofer-Institut gegangen, dort in eine Abteilung, sage ich mal, eigentlich reingekommen durch Zufall, die sich mit Spracherkennung beschäftigt hat. Und wir haben viele spannende Projekte gehabt, die sich um die Erschließung von großen Medienarchiven rangiert haben. Und dort war einfach KI eines der Mittel der Wahl, wie man schnell an Metadaten zu diesen Archiven rankommt und die wieder durchsuchbar macht. Und das hat mir so ein bisschen so den Push gegeben in diese Richtung, wo ich auch gesagt habe, jetzt gucke ich mal über den Tellerrand hinaus. Was gibt es sonst noch für Methoden, Funktionen, die man mit KI, sage ich mal, besser umsetzen kann oder effizienter? Ja, und so bin ich da reingerutscht. Welche Bedenken verstehst du am besten, wenn es um das Thema KI geht? Ja, Bedenken gehen immer davon aus, dass man bestimmte Szenarien, sage ich mal, vor Augen hat. Ja, ganz klar ist es so, dass mit Automatisierung im Allgemeinen und mit der KI, mit ihrer Leistungsfähigkeit aktuell, bestimmte, sage ich mal, repetitive Fähigkeiten auf dem Prüfstand stehen, die in der Medienproduktion auch eine Rolle spielen oder gespielt haben, vielleicht sogar eine zeitlich relativ große Rolle gespielt haben. Szenarien, die könnten ersetzt werden, das verstehe ich, dass man sich damit beschäftigen muss. Mit den ganz großen Horrorszenarien, wie die KI übernimmt die Weltherrschaft und so weiter, setzt mich richtig auseinander. Die Geschichte wird immer von Menschen geschrieben, sage ich mal, in welche Richtung sie das weiterverwenden wollen. Und ich gehe davon aus, dass wir das am Ende zum Guten einsetzen werden. Ja, genau, da bin ich einfach auch, habe ich Vertrauen in die Menschheit, dass wir das hinkriegen. Und genau, und dann gibt es noch verschiedene andere, eher konkretere Dinge, wie zum Beispiel die nächste Suchmaschine oder sowas, kann ich dann kein Google mehr benutzen. Also lauter kleinteilige Fragen, die man sich stellen kann. Da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, aber ich glaube, es ist einfach viel losgetreten worden durch diese KI-Revolution, die wir da mitbekommen haben. Und da wird sich einiges ändern. Da sind auch viele Bedenken begründet. Aber, wie gesagt, menschliche Arbeit ersetzen oder sowas, das sehe ich überhaupt nicht. Da kommen wir sicher gleich auch noch dann so konkreter drauf. Aber dann noch eine der, die letzte der schnellen Fragen, dann haben wir dich, glaube ich, schon ganz gut kennengelernt am Anfang. Die ist auch wieder mehr auf deine konkrete Arbeit bezogen. Du arbeitest ja mit Medienhäusern zusammen, versuchst da dann KI-Workflows zu etablieren. Gibt es so etwas, wenn jetzt konkret jemand auf dich zukommt, ein Unternehmen auf dich zukommt, was ist so das Erste, was du sagst oder fragst? Also es ist immer interessant, den aktuellen Stand einfach zu erfahren. Ja, wie sind die Menschen drauf? Welche Typen von Menschen gibt es dort, die sich mit KI vielleicht beschäftigen oder nicht beschäftigen? Welche Projekte hat man schon gemacht? Wie ist man an das Thema rangegangen? Also ich frage auch ganz gerne mal, ist man jetzt, es gibt so verschiedene Typen, die einen gehen erstmal in so eine Strategie-Richtung. Da wird erstmal ein Leitfaden in der Strategie entwickelt, dann Leitfaden für die ethische Betrachtung des Ganzen. Und irgendwann guckt man sich an, womit beschäftigt man sich in den konkreten Workflows. Und dann gibt es die ganz andere Richtung, wo man erstmal schaut, was würde uns das überhaupt bringen, um dann zu sagen, in welchen größeren Kontext bei uns betten wir das überhaupt ein. Also da gibt es schon so zwei Richtungen, die ich ganz gerne mal abfrage. Und dann halt zu den Menschen, ja, gibt es da vielleicht Early Adopters oder den Mitarbeitenden, die schon in das Thema reingucken und auch Lust und Laune entwickelt haben, sich da tiefer reinzufokussend, vielleicht eigene Prototypen schon gebaut haben. Und das frage ich auch ganz gerne ab. Also auch da dann am Anfang tatsächlich der Fokus auf den Menschen, die das Ganze natürlich tragen in den Redaktionen. Ganz interessant, dass dann da natürlich irgendwie der Ansatz ist am Anfang. Das waren so die eher fünf schnellen Fragen, dass wir so in allem Druck bekommen haben, wie du oder wo du auch stehst bei dem Thema KI in den Medien. Kommen wir jetzt zu deiner Arbeit auch weiter konkret. Ich habe ja gesagt, du hast die Convent GmbH 2015 gegründet. Also ja, jetzt fast ein Jahrzehnt in dem Bereich unterwegs schon. Jetzt sind wir, du hast gerade gesagt, November 2022, der Chat-GPT-Moment. Jetzt sind wir da seit zwei Jahren so in, ja, wirklich einer breiten Diskussion, auch was das Thema angeht. Hättest du mit diesem Zeithorizont damals gerechnet, als du 2015 angefangen hast, dass es, bist du überrascht, dass es so lange gedauert hat oder dass es so schnell ging oder wo stehen wir da in der zeitlichen Entwicklung beim Thema KI im Journalismus? Ja, das 2015, muss ich sagen, das waren ja schon zehn Jahre Fraunhofer, wo ich dann auch viele verschiedene Medienprojekte gemacht habe. Damals vielleicht so zu sagen, dass Medien, also KI-Projekte in der Medienprojekte eine relativ aufwendige Geschichte waren. hat ein bestimmtes Ziel vor Augen gehabt, hat dann auch viele Mittel in die Hand nehmen müssen, Personal auch bereitstellen müssen, sehr viele Beispiele zum Trainieren der KI. Ich kann mich noch erinnern, das war sehr kompliziert alles. Und ich muss sagen, als ich da 2015 gegründet habe, da war sowas wie Chat-GPT noch weiter fern. Auch kurz vor diesem Chat-GPT-Moment, den schuze ich mir auch gerne an, habe ich das nicht geahnt, dass es in diesem Ausmaß kommen würde. Und gerade was diese Fähigkeiten dieses neuen Large-Rankage-Modells, und das wurde ja auch sehr schnell weiterentwickelt, was die gezeigt haben und wie einfach die auch durch dieses sehr clever gemachte Nutzer-Interface, für die Nutzer auf einmal zugänglich waren. Und das hat dann einfach diese Welle erzeugt. Konnte ich nicht vorhersehen. War auch, sage ich mal, mit den Zusammenarbeiten, die ich in der Vergangenheit dann vor 2022 mit verschiedenen Firmen gemacht habe, auch nicht angekündigt, sage ich mal. Es war schon so ein Big Bang für mich. Das kann man sagen. Jetzt sind wir in dieser Entwicklung. Und wie gesagt, du beschäftigst dich schon länger damit. Aber klar, ich glaube, gerade in dem Bereich ist es ja auch unglaublich schwer. Das ist ja bis heute so vorauszuschauen, wo geht das Ganze hin? Und was erwartet uns da dann noch? Aber um es mal ganz konkret zu machen, was macht ihr denn genau bei Convict? Wir haben jetzt einiges natürlich schon so angerissen, angeschnitten. Wenn du uns so einen Einblick gibst, wofür genau gibt es euch und wie sieht eure Arbeit aus? Genau. Ja, kann ich, da muss ich 2015 nochmal ansetzen, wie wir gestartet sind. Damals tatsächlich als Software-Dienstleister. Es gab in der Digitalisierung oder digitalen Transformation der Medienlandschaft sehr, sehr viele Software-Projekte zu stemmen, wo es einfach auch darum ging, jetzt mal ganz schnöde ohne KI, ein Workflow, der vielleicht mit Papier und Stift noch abgehandelt wurde, dass man den mal digitalisiert, dass man da ein Web-Produkt draus macht, wo die Leute auch in ihrer gewohnten Umgegnung mit arbeiten können, ohne dann großen Zeitverlust zu haben. So sind wir eigentlich reingestartet. Und wie gesagt, die ersten großen Projekte, die kamen dann mit diesem Medienarchiv, wo wir dann gesagt haben, ja, es gibt dort, sagen wir mal, sehr viele Assets, die vielleicht für den Nutzen, für die Zukunft haben, die man nochmal erschließen will. Und sind dann da reingegangen. Da haben wir dann, sage ich mal, unsere Kompetenzen aus der Fraunhofer-Zeit nochmal nutzen können, um die richtigen Tools zu finden und die an diese Produkte, die wir einfach gebaut haben, um die Workflows zu erleichtern, dann dran zu flanschen. Ja, es gibt also immer so ein Kernprodukt, das wir dann mit KI, sagen wir mal, bestücken an den Stellen, wo es sinnvoll ist. Haben wir dann in dem Fall gemacht. Und jetzt kann man halt auf eine sehr große Anzahl an Assets in dem Bereich nochmal zugreifen und die wiederverwenden. Und so ging das dann eigentlich immer weiter. Wir sind tiefer reingekommen in diese, sage ich mal, medialen Workflows, haben da auch ein bisschen Fachkompetenz natürlich im Laufe der Zeit auch aufgebaut und sind dann 2021, 2022, haben wir auch so ein Pivot gemacht als Conbit und haben gesagt, wir machen nicht nur Software-Dienstleistungen, sondern wir gehen über zum eigenen Produkt und haben dann ein Redaktionssystem auch gebaut, wo man diese ganzen KI-Funktionen auch nutzen kann und auch sehen kann. Sagen wir mal, selbst wenn man mit uns auf der Software-Ebene zusammenarbeitet, kann man da schon mal sehen, was rauskommen kann. Genau. Und da bauen wir uns natürlich auch ein und aus und regelmäßig weiter. Das System, über was du sprichst, ist das Newsmind-System. Da hatte ich dir ja im Vorgespräch Transparenz, wir haben schon drüber gesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, einen lustigen Zufall vielleicht erzählt, dass ich vor der Sommerpause einen Vortrag über das Thema KI im Journalismus mal gehalten habe und um quasi so ein bisschen unterhaltsam in den Vortrag einzusteigen, habe ich ChatGPT gebeten, eine Dystopie zum Thema KI im Journalismus mir zu schreiben und da gab es dann eine KI-Maschine, die alle Journalisten einfach ersetzt hat und kein Mensch hat Journalismus mehr gemacht, sondern nur noch die Maschine und die trug auch den Namen Newsmind in dem Moment. Und das ist natürlich nicht euer Ziel mit eurem Produkt, das ja den gleichen Namen trägt. Und was genau, du sagst Workflows optimieren, automatisieren, was genau macht denn die Newsmind-Familie? Genau, also ist schon mal ganz gut, also der Name scheint eigentlich relativ gut gewählt zu sein, wenn eine KI nachher darauf kommt, dass das was mit News und KI zu tun hat. Ich hoffe, dass es auch im positiven Sinne auslegbar. Genau, was macht das? Also wir sind eigentlich von der Ecke gekommen und haben gesagt, dass alle möglichen Redaktionen, die auf unterschiedlichen Kanälen in der Vergangenheit gearbeitet haben, sagen wir mal die Online-Redaktion, TV, Radio, vielleicht eine Print-Redaktion und dann noch online aufgespaltet in Web und Social Media, die haben alle in Silos gearbeitet, sage ich mal. Das ist jetzt mal eine starke Behauptung, aber mehr oder weniger gilt das vielleicht für alle Medienhäuser, dass es so einen Punkt gab, wo das relativ separiert war und wir wollten die alle wieder zusammenbringen und das auf einem themenzentrierten Ansatz. Das heißt, erst mal quasi aus einer Meldung oder etwas, was man in den Weiten des Internets entdeckt hat, dann ein Thema zu machen, da gemeinsam auch Material-Assets zu sammeln, Informationen zu sammeln und dann erst für die verschiedenen Kanäle, darunter sogenannte Storys zu produzieren, die dann, wie gesagt, zielgruppenspezifisch, kanalspezifisch sind und dann dort auf dieser Reise, sage ich mal, über das Thema zu den Produkten, KI an den Stellen einzusetzen, wo es Sinn macht, wo man eine schnelle Unterstützung braucht, wo man vielleicht diese repetitiven Arbeiten sparen kann. Und so ist das Ganze konzipiert worden und so haben wir das jetzt auch aufgestellt bei verschiedenen Kunden. Über verschiedene Kunden sprichst du an, inwieweit passt ihr das System an, an verschiedene Komponenten? Ich meine, wir haben ja gerade gehört schon oder ich habe am Anfang gesagt, du arbeitest zum Beispiel mit dem WDR zusammen, wahrscheinlich eines der größten Medienhäuser in Deutschland, würde ich mal so sagen, so mit den ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen, die es da gibt, aber ihr arbeitet ja sicherlich auch mit kleineren Partnern zusammen. Inwieweit könnt ihr da dann auch zuschneiden an eure Zielgruppen? Genau, also wir haben angefangen tatsächlich mit den öffentlich-rechtlichen WDR und NDR und das Produkt, sage ich mal, an deren Bedürfnissen entlang entwickelt in den ersten Schritten. Und dann ist es sehr schnell aufgefallen, dass sehr viele Individualwünsche entstanden sind und wir haben das dann nachher so aufgestellt, das ist auch eine der großen Stärken, glaube ich, des Ganzen, dass man das als Redaktion relativ frei administrieren kann. Welche Workflows brauche ich? Ich kann das alles einrichten, so wie ich das haben will. Auch an welchen Stellen brauche ich die KI? Da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf, wie wir da sozusagen auch einen Wandel vollzogen haben im Laufe der Zeit. und ja, welche Kanäle bespiele ich überhaupt? Das sind alles Dinge, die wir, also ich sage jetzt mal nach dem Ikea-Prinzip jetzt, dem Kunden überlassen, das einzurichten. Aber das ist auch sehr viel besser, weil man dann keine großen Anläufe braucht, ja nicht mehr lange Wartezeiten hat, bis dann irgendwie sich ein Support oder Entwickler damit beschäftigt, sondern man kann das mit Power-Jugeln oder Administratoren im eigenen Haus machen. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. So können wir auch dann andere Zielgruppen. Also wir sind mittlerweile vom großen Haus mit zig Redaktionen bis hin zum sogar Corporate Newsroom, was ja gar kein Medienhaus in dem Sinne ist, sind wir aufgestellt und können da für Teams von riesigen Größen bis zu kleinen Personengruppen, können wir da alle glücklich machen, denke ich. Also eine ganz große Bandbreite. Du hast vorhin schon von den verschiedenen Silos gesprochen, in denen im Journalismus vor allem ja auch gerne gearbeitet wurde, Schrägstrich wird. Der These würde ich übrigens zustimmen, dass das durchaus ein Problem war oder vielleicht auch teilweise noch ist. Das ist ja so eine bekannte Hürde, würde ich mal sagen, wenn es darum geht, Innovation zu etablieren in einem Unternehmen. Was sind noch so Hürden, die du so wahrnimmst, wenn du in ein Medienunternehmen gehst? Vielleicht unterscheidet sich das ja auch so von kleineren zu größeren. Was sind da so die, ja sagen wir mal die Klassiker, wenn du in ein Unternehmen kommst und KI-Workflows etablieren willst? Welche Hürden gibt es da? Ja, also so ganz menschlich ist es, dass Workflows einfach auch eine relativ lange Zeit Bestand haben und dann auch, wenn sie vielleicht ineffizient sind und auch alle wissen, dass sie ineffizient sind, ist es erst mal einfacher, sie weiterzuführen. Und über diese Hürde muss man einmal drüber kommen. Da muss man auch was anbieten, sage ich auch als Technologiedienstleister und zeigen, dass das den Menschen was bringt. Das ist ganz zentral. Wie machst du das? Also ist das wirklich so typische Überzeugungsarbeit? Schaut mal, wie toll das sein kann, dass man da wirklich so eine Art, wie soll ich das sagen, so einen Motivator, auch irgendwie so eine Motivatorrolle einnehmen muss, um die Leute zu überzeugen. Also es ist viel besser, wenn die Motivation bei mindestens wenigen Leuten, beim Kunden selbst forciert wird. Und wenn man dann vielleicht mal mit einem kleinen Team, die daran glauben, auch an sowas arbeiten kann. Wir machen häufig Prototypen. Das ist wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch so. Wir versuchen dann relativ schnell, den Mehrwert zu zeigen, sagen wir mal eine 80-Prozent-Lösung, wo man sich dann aber wenigstens von der Fantasie her in diese Richtung bewegen kann. Wie kann das denn mal sein für uns? Und dass das aber dann vielleicht durch den einen oder anderen, ich sag mal, Türöffner im Unternehmen selbst, der an die Lösung glaubt, auch transportiert wird, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Weil als Externer hat man da tatsächlich Probleme, da bin ich ganz ehrlich, das glaubhaft zu vermitteln. Wir haben ja auch nicht in allen Dingen diese Fachkompetenz und können dann entsprechend argumentieren. Deswegen finde ich das immer gut, wenn man so Sparrings-Partner hat und aufbaut, die das machen können. Ein anderer Aspekt, der ist ein bisschen technischer, gerade in der Medienbranche ist es auch so, dass sich über manchmal Jahrzehnte bestimmte IT-Komponenten, Software angesammelt hat. Die sind in einem hohen Maße auch verbunden worden, verknüpft worden. Und da jetzt irgendwie mit neuen Tools reinzukommen, ist manchmal gar nicht so einfach, weil man dann auch vieles, was man getan hat in der Vergangenheit, um Dinge zusammenzuführen, und verschiedene Systeme dann nochmal machen müsste. Und deswegen muss man auch eine sehr leichte, also als Anbieter, wenn man ein neues Tool einführt, eine sehr leichte Möglichkeit bieten, so eine Integration zu machen. Das dürfen keine aufwendigen Projekte wie in der Vergangenheit sein, wo man da Jahre dran gesessen hat, sondern das muss relativ schnell gehen. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Da muss man drauf achten. Du hast mal in einem Interview, was ich gefunden habe, betont, dass Technologie alleine nicht reicht, um erfolgreich zu sein. Was macht denn da so die richtige Balance zwischen Technologie und menschlicher Kreativität, menschlichen Zutun in der Medienproduktion aus, deiner Ansicht nach? Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein fester Glaube von mir. Ist ja auch so, wenn man das mal zu Ende denkt, wenn eine KI mit einer vielleicht ein bisschen anderen Konfiguration als eine andere dann gegeneinander antreten, dann hat man im Prinzip keine große Varianz mehr da drin. Also das würde dann ja auch auffallen. Ich glaube, dass es da am besten funktioniert, wo man tatsächlich auch noch Köpfe hat, Köpfe, Personen, die für eine bestimmte Sache auch einstehen, sage ich mal, auch so ein Trust-Center bilden und darum die medialen Produkte baut, statt quasi, ja, solche automatisiert generierten Texte oder auch Bild- oder Videomaterial oder Audios zu verbreiten. Genau, und dadurch eine gewisse Bindung auch über die reine Nachricht hinaus mit den Nutzern und Nutzerinnen und Lesern und Leserinnen auch schafft, ja. Also ich glaube, es geht nichts daran vorbei, dass man immer noch so eine persönliche Beziehung zu seinen Kunden am Ende des Tages hat. Das wird auch Technologie nicht so schnell ersetzen. Das ist ja die beruhigende Nachricht, die durchaus ja auch die ersten Erfahrungen, ich komme ja vor allem so aus dem Audiobereich, auch beim Radio angefangen. Da gab es ja auch die ersten Erfahrungen mit vollautomatisierten Radioprogrammen. Da ist natürlich immer am Ende wirklich die Frage, ist das etwas, was so auf Dauer die Leute eigentlich erreicht? Oder ist das jetzt klar, am Anfang ist das natürlich auch irgendwie ein bisschen spannend und aufregend und Leute sind neugierig. Aber was ist dann am Ende das, was so wirklich die Leute bindet? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich dann im Journalismus auf jeden Fall auch stellt. Und eine Frage, die sich ja auch immer stellt, wenn man dann in den Workflows unter anderem mit KI arbeitet, und da würde mich interessieren, wie das bei euch mit Newsmind dann ist, inwieweit man halt, ja, so dass, ja, die redaktionellen Entscheidungen, dass das sichergestellt ist, dass das nach wie vor von Menschen übernommen wird, dass das nach wie vor irgendwie am Ende auch eine Entscheidung von den Menschen ist, was, wo und wie auf welchem Kanal ausgespielt wird, wie spielt das eine Rolle bei euch? Ja, ja, das ist, genau, da kann ich vielleicht mal vorne anfangen an der Stelle, dass, also wir versuchen zu vermeiden, und das ist im Moment auch bei keinem von unseren Kunden der Fall, dass solche Meldungen, sage ich mal, von der Auswahl der Meldung bis hin zur Publikation tatsächlich irgendwie nur von der Automatisierung gesteuert werden und da überhaupt keiner mehr drauf guckt. Also es gibt da so ein paar, sage ich mal, Ankerpunkte, also bei der Auswahl der Meldung, habe ich ja schon gesagt, bei der Abnahme sozusagen der formulierten Meldung und der Freigabe zur Publikation, da ziehen wir einfach Schranken ein, um zu verhindern, dass das ohne menschliches Zutun rausgeht. Und das ist auch wichtig, weil es gibt ja verschiedene Aspekte. KI ist ja jetzt mittlerweile jedem bekannt, dass da entsprechend auch halluziniert wird, dass da Fakten verdreht werden können und so weiter. So gut man das auch einhegen kann durch gutes Prompting, mittlerweile ist es immer noch möglich. Und ja, es ist am Ende des Tages einfach auch eine ethische Komponente, will ich etwas machen, was jeder andere im Prinzip mit denselben Technologien auch machen könnte oder gebe ich dem Ganzen wenigstens ein Gütesiegel dadurch, dass ich darauf geguckt habe und mich versichert habe, ja, das ist ja das Minimalste, was man machen kann, dass ich das auch senden wollte, also mit einer gewissen Intention dahinter. Und das sehe ich schon als einen Standard ein, den man schon als Medienhaus haben sollte oder könnte. Und am Ende ist es aber so, du sagst, wir machen durch die KI den Journalismus nicht nur schneller, weil das ist ja ein bisschen selbsterklärend, sondern auch besser. Wie meinst du das? Genau, also ich sehe das schon so, dass die vorhandene Zeit, die man gewinnt, die kann ja auch wieder reinvestiert werden. Die muss ja, also ich gebe mal ein ganz gutes Beispiel, ich bediene, sage ich mal, eine Anzahl von Social-Media-Kanälen, die jeden Tag wächst, oder vielleicht einmal im Jahr wächst, aber trotzdem stetig wächst. Und da gibt es dann schon den Punkt, wo ich ja nicht das Personal immer mit der Anzahl der Kanäle sozusagen aufstocken kann. Dann kommt es natürlich irgendwie auch zu Qualitätsschwankungen an der Stelle. Dann konzentriere ich mich vielleicht lieber auf die Meldung an sich und arbeite die wirklich gut aus und habe dann vielleicht eine KI, die mir dann das Zielgruppengerecht nochmal zuschneidet, auf den einen Kanälen muss ich dann nur noch bestätigen. Dann habe ich trotzdem das Produkt vielleicht qualitativ an der einen Stelle gestärkt, weil ich mich eben nicht mehr um die Spezifika da kümmern muss. Das ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, da kann man einfach die Qualität steigern. Außerdem gibt es tatsächlich auch qualitätssteigernde, also gerade in der Texterstellung, qualitätssteigernde Prompts im eigentlichen Sinne. Da kann man auch nochmal die KI draufgucken lassen, ob da alle Formulierungen in Ordnung sind oder ob sich da was widerspricht oder sonst irgendwas. Also mindestens Hinweise bekommt man schon, ob man da qualitativ gut gearbeitet hat und ob man da vielleicht die ein oder andere Formulierung nochmal ändern will. Generell das Prompting, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, wenn ihr mit Redaktionen zusammenarbeitet und eure Workflows da integriert oder beziehungsweise euer System integriert, welche Rolle spielt da das Prompting? Also sucht ihr euch wirklich, du hast vorhin von den Early Adoptern in den Medienhäusern gesprochen, die du dann gerne dir so als Sparingspartner, als so Ansprechpartner in der Redaktion gerne raussuchst, die da bereit sind und auch richtig Bock haben, da dran zu arbeiten. Spielt das auch eine Rolle, dass man der Redaktion quasi dann selber beibringt, diese Systeme weiterzuentwickeln, wenn sie einmal integriert sind? Und da, das funktioniert ja durch gutes Prompting. Also da bildet ihr quasi auch nebenbei noch diese sogenannten Prompt Engineers aus. Ja genau, also wir bilden nicht aus, aber das ist ein guter Aspekt. Ich fange mal vielleicht nach 2022 an. Wir haben nämlich verschiedene Phasen, sage ich mal, der Integration von generativer KI im Produkt schon hinter uns. Die erste Phase oder die erste Reaktion war, wie sagt man, damals direkt danach haben sich wirklich nur die allerersten Early Adopters damit beschäftigt. Und da gab es auch noch kein großes, also das Wissen über KI und wie man sie bedient, war noch nicht so verbreitet wie heute. Da hat sich auch viel, viel getan. Also viel mehr Menschen beschäftigen sich mittlerweile mit. Und das hat bei uns auch einen Strategiewechsel hervorgerufen. Was haben wir am Anfang gemacht? Am Anfang haben wir zugehört und haben das Prompting einfach für die entsprechende Redaktion dann gemacht. Haben dann eine Funktion angeboten, quasi nur noch einen Knopf, wo man draufkriegt. Und dann ist dieser Prompt ausgeführt worden. Da waren wir entweder glücklich oder nicht glücklich damit. Aber das reicht lange nicht mehr. Also mittlerweile, und wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, die fachliche Kompetenz zu haben, die die Redaktionen dann in so ein Prompting reinstecken können, haben wir das Ganze aufgebohrt und haben da jetzt ein mehrstufiges Verfahren. Also diese, sagen wir mal, Power-User, die sie wirklich in die KI reinfuchsen und so weiter, können in unseren Tools an jedes Feld, sage ich mal, das ich befüllen will, an jedes Textdokument oder sonst irgendwas, können die eigene Funktionen dranbauen. Das Tool lässt das zu. Ich kann da ganz einfach neue Funktionen hinzufügen, kann die Prompts dafür auch selbst formulieren, kann sagen, was da für ein Kontext eingehen soll. Da muss man schon ein bisschen tiefer technisch drinstecken, um das zu durchschauen. Passiert aber, wird wunderbar gemacht. Die arbeiten da so lange dran, bis da das perfekte Ergebnis für sie rauskommt. Und dann gibt es immer noch natürlich Menschen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Selbst die wollen wir aber nicht außen vor lassen. Da haben wir dann die Möglichkeit geschaffen, dass man für jede KI-Funktion, bei der das Sinn macht, dann zum Beispiel sowas wie Beispiele hinterlegen kann. So stelle ich mir das vor, was da rauskommt. Und dann berücksichtigt die KI diese Beispiele. Und dieser Vorgang, den kann dann wirklich jeder, einen Text irgendwo reinkopieren. So stelle ich mir das vor. Und sieht direkt sein Ergebnis. Und dann haben wir auf den verschiedenen Ebenen, mit den verschiedenen Fähigkeiten, immer eine Partizipation der Leute, die dann auch zufrieden sind, dass sie da auch ihre persönliche Note mit reinbringen. Auch da zeigt sich ja wieder, natürlich spielt dann der Mensch weiter eine entscheidende Rolle. und die verschiedenen, ja, oder die Richtung, aus der er dann kommt. Und auch interessant daran fand ich jetzt diesen Aspekt, dass ihr natürlich, das, was sich da verändert hat, jetzt speziell seit zwei Jahren, dass man die natürlich auch immer wieder Rechnung tragen muss, in der Weiterentwicklung von Produkten, von Workflows, dass man das immer wieder anpassen muss und sich der Kenntnisstand der Leute verändert natürlich und da das nach wie vor anpassen muss, dass das so ein ständiger Prozess ist und man nicht irgendwie sagen kann, ja, jetzt ist das ja integriert und jetzt viel Spaß damit und das läuft jetzt immer so weiter und dann war es das. Sondern, dass man das wirklich ständig hinterfragen muss, gerade im Angesicht halt der rasanten Entwicklungen, die es da in dem Feld auch gibt. Ja, sehr spannend. Vielleicht am Ende oder gegen Ende, wir müssen langsam auch schon zum Schluss kommen, aber vielleicht gegen Ende auch noch so ein bisschen einmal die Skeptiker-Frage. Du hast dich natürlich schon als Enthusiast zu erkennen gegeben und hast auch natürlich sehr, sehr gut argumentiert, warum KI einfach auch der Redaktion helfen kann und warum es total Sinn ergibt, das einzusetzen. Und trotzdem gab es ja jetzt dann auch schon so ein, zwei Fälle, zumindest auch in den letzten zwei Jahren, wo ja Redaktionen halt die freigewordene Zeit nicht genutzt haben, um andere Dinge zu machen, sondern wo es hieß, da wir nutzen das jetzt halt, um Stellen zu streichen zum Beispiel. Wie blickst du darauf? Begegnet dir diese Sorge auch? Ja, also ich nehme es nicht mehr so wahr. Muss ich ehrlich sagen, am Anfang waren ja die Befürchtungen mannigfaltig, dass, genau, ich glaube auch, weil man die KI so erstmal einschätzen musste, was leistet die überhaupt? Man ist dann auch schnell darauf gekommen, dass die nicht jetzt erstens nicht allwissend ist, sage ich mal, zweitens Fehler macht und sich das auch nicht so schnell ausgehen wird. Ich gehe da schon von aus, dass wir da noch weitere Sprünge machen werden jetzt in nächster Zeit, gerade bei diesem Investitionsvolumen, was da gerade liegt. Da wird es definitiv Weiterentwicklung geben und das wird auch die Fehler minimieren. Trotzdem, ja, muss ich sagen, ich habe noch keine Entlassung, jetzt mal ganz, ganz salopp, ich habe noch keine Entlassung gesehen, die aufgrund von KI getätigt wurde. Ich habe aber viele Einstellungen gesehen, die getätigt wurden in dem Bereich. Und klar muss man da erstmal Know-how aufbauen. Ich glaube, so wie Jobs weg, fallen gegebenenfalls in Bereichen, wo man halt so repetitiv gearbeitet hat, werden auch neue Jobs entstehen, die meiner Meinung nach, und da bin ich wieder interessiert, auch interessanter sind. Also will ich wirklich, sage ich mal, das machen, was eine Maschine gegebenenfalls genauso gut kann und ich weiß das, die Frage muss ich mir einfach mal stellen. Oder gehe ich dann eher in diesen kreativen Bereich wieder rein und mache da wieder mehr und freue mich dann vielleicht auch, weil ich ein besseres Produkt am Ende des Tages erstellen kann. Also wie gesagt, diese Ängste werden in meinem Umfeld weniger und ich hoffe, dass sie auch unbegründet sind. Und ich finde, ein Aspekt, den du vorhin mal schon mal auch angesprochen hattest, ist, dass natürlich, wenn man am Ende dann nur noch die KI-Systeme Inhalte erstellen lässt, dass das mit natürlich so ein bisschen Veränderungen schon ja auch immer dann ähnlich sich ähnelt und der geneigte User dann vielleicht irgendwann auch gelangweilt ist und man halt sehr viel Kreativität einfach reinstecken muss, um quasi die Leute zu erreichen, auch emotional zu erreichen, an sich zu binden, dass das weiterhin jeweils die Aufgabe von den Menschen bleibt und vor allem sich die Frage halt stellt, was passt denn zu unserer Marke, was soll unsere Marke am Ende tragen und wenn ich auf dem Weg dorthin die repetitiven Aufgaben, sagst du, von einer KI übernehmen lasse, vielleicht KI sogar als Sparingspartner benutze, wie komme ich denn dahin, diesen eigenen Ton zu finden und am Ende aber der Feinschliff und der wichtige Teil am Ende bei mir noch liegt, ich glaube, dann können wir da können wir da auf jeden Fall gewinnen. Du hast am Anfang deine Sicht auf darauf, was ist guter Journalismus ja uns gesagt und das war ja so sehr klassisch, also der Journalismus soll für die Zielgruppe, die er halt bedienen möchte, das ist natürlich dann auch unterschiedlich, so aufbereiten, dass ich Dinge verstehe, dass ich Dinge eingeordnet bekomme und jetzt habe ich gerade selber schon viel da weggenommen, aber wie kann KI denn auf dem Weg dahin helfen, nochmal zusammengefasst vielleicht am Ende, dass der Journalismus besser wird? Genau, also die Antwort auf diese Frage, die ist so vielfältig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also wir fangen an bei der Auswahl von, sag ich mal, Meldungen, dass man erstmal eine KI hat, die die Suche nach neuen Topics auf den ganzen verschiedenen Kanälen erstmal erleichtert, da kann ich dann vielleicht ein Suchprofil hinterlegen oder sonst was, die KI wertet das aus, expandiert das noch und gibt mir dann die entsprechenden relevanten Meldungen erstmal zurück, spare ich ultra viel Zeit bei, um dann vielleicht im nächsten Schritt bei der Produktgenerierung zu helfen, Zusammenfassungen zu erstellen, O-Töne zu transkribieren, was weiß ich noch alles, das kennen alle, die, sag ich mal, in dem Bereich drin sind. Das geht dann wirklich bei den Texten für Social Media weiter, die ich dann vorformulieren lassen kann, Texte, die ich kürzen lassen will, ganz kleine Handgriffe, die aber so unendlich oft in diesem Prozess eigentlich vorkommen heutzutage, dass man gar nicht weiß, wie viel das an Arbeitskraft, sag ich mal, jedes Mal kostet und da ist es wirklich, da muss ich ja nicht an jedem Punkt ersetzen, aber man kann immer eine KI zur Verfügung stellen, die dann einfach mal einen Vorschlag macht und dann bin ich vielleicht auch nicht mehr in so einem Zugzwang, dass mir alles selber immer ausdenken zu müssen an der Stelle und dann kann ich das einsetzen und, wie gesagt, mich nochmal ein bisschen darauf konzentrieren, die Recherche vielleicht nochmal stärken, die rundherum um das Thema ist, weil da muss ich auch nochmal ran und so sehe ich an vielen Stellen Entlastungspotenzial, genauso gut sehe ich viele Stellen, wo ich heute sagen würde, da könnte noch ein bisschen mehr, sag ich mal, Qualität, also Manpower, Womanpower reinfließen, die dann einfach zu einem besseren Produkt führt. Dann sind wir gespannt, wie das so weitergeht, weil eins steht, glaube ich, fest, egal ob man Enthusiast ist wie du oder auch vielleicht Skeptiker, ich habe ja die Rolle heute so ein-, zweimal auch eingenommen, ob das jetzt immer so meine Meinung ist, lasst man da hingestellt, weil ich merke das tatsächlich auch im Produktionsprozess dass dieses Podcasts regelmäßige HörerInnen wissen es ja, dass ich da auch schon viel eingebaut habe und da auch schon mal drüber gesprochen habe, dass es natürlich wirklich so ist, wie du sagst, dass es an manchen Stellen einem gar nicht so aufgefallen ist im Alltag, wie viel Zeit da eigentlich insgesamt drauf geht, weil man hat es halt immer so gemacht, du hast die Workflows angesprochen, die seit Jahrzehnten teilweise in Redaktionen irgendwie eingeübt sind, aber wo sich dann lange niemand mehr Gedanken gemacht hat, ob das überhaupt so richtig effizient ist und Sinn ergibt, und die KI uns gerade die Möglichkeit oder die Chance bietet, da halt nochmal drüber nachzudenken und zu schauen, kann man es mithilfe der KI dann besser und anders und schneller lösen und ich glaube, da steckt tatsächlich einfach eine große Chance drin und ich glaube, die anderen Fragen, die viele sich ja auch besorgt stellen, auch so aus ethisch-moralischer Sicht, das gibt es natürlich auch immer zu diskutieren, aber wir haben heute einen Blick auf den Alltag, auf die Praxis gewagt und da bieten sich halt einfach viele, viele Möglichkeiten, wenn man es richtig macht und sinnvoll einsetzt, den Journalismus, wie Jochen schon das gesagt hat, ja, zu verbessern und auf eine andere neue Stufe zu heben. Vielleicht ganz zum Schluss noch wieder eine Frage mit, ja, kurzer Antwort bitte, das ist jetzt doch wieder die berühmte Glaskugelfrage eigentlich, wenn wir mal, wir schauen mal zehn Jahre in die Zukunft und dann blicken wir da zurück auf das Jahr 2024 und sehen, wie wir heute über KI gesprochen haben, wie wir es benutzt haben, wie werden wir das einschätzen, werden wir irgendwie sagen, ach guck mal, damals waren wir irgendwie noch skeptisch und haben es irgendwie ganz vorsichtig integriert und heute ist ganz normal oder wo stehen wir dann vielleicht in Zukunft bei dem Thema, was wäre so deine, ja, vielleicht auch Utopie, ich habe ja vorhin von der Dystopie gesprochen, die ich mal ausprobiert habe, was wäre so deine Utopie denn beim Thema KI im Journalismus? Ja, das versuche ich mal in Borde zu fassen, also ich kann jetzt, ich sage mal, ich habe einmal schon grandios daneben gelegen, als ich versucht habe, Chat-JPT vorauszusagen, wann das ungefähr kommt, haben vielleicht auch andere daneben gelegen, aber ich wage es fast gar nicht zu fragen, wohin das führt mit dem Investitionsvolumen heutzutage, wohin das führen kann in zehn Jahren, ob wir dann überhaupt noch von der KI, wie wir sie heute nutzen, irgendwie so sprechen oder ob das schon wieder was ganz anderes ist. Also ich sage mal, ich habe immer so, das ist vielleicht ein bisschen träumerisch, aber mein Gedanke ist, dass man die Kreativität im Kopf hat, dass man die ohne Hürden in ein Produkt übersetzen kann. Das muss jetzt kein Gehirninterface sein, was ich hiermit meine, sondern, dass ich möglichst, also auf dem Weg keine Schranken gesetzt kriege durch Programme, Sonstiges, die mir irgendwie, ja, irgendwie meiner Kriterien, Bild, Ton, Video, alles zusammenzubringen, was gerade in meinem Kopf rumschwört, dass das irgendwie einschränkt, was ich da kreieren will und dass uns die KI dabei helfen kann, das sozusagen rauszulesen und dann einfach in so ein Produkt umzuformen. Da glaube ich dran, dass es passieren kann. Das ist vielleicht ein bisschen träumerisch, wie gesagt, aber das wäre, wo ich jetzt sagen würde, dass es ein positiver Ausblick ist. Also der direkte Weg vom menschlichen Kreativitätszentrum quasi zu einem Produkt am Ende. Jochen Schon, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit und wie du auf das Thema KI im Journalismus schaust, da wird, es wird sicherlich spannend bleiben. So viel steht fest und du wirst es weiter auch mitgestalten und mitbeobachten und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Jahren wieder und mal sehen, wo wir dann stehen bei dem Thema. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und dass du zu Gast warst in unserem Podcast. Danke, Lukas. Ja, und über all diese Themen, über die ich gerade mit Jochen Schon gesprochen habe, werden wir natürlich auch bei den Medientagen sprechen, denn ein Schwerpunkt ist dieses Jahr natürlich künstliche Intelligenz. Ob beim KI-Gipfel, den wir dieses Jahr wieder machen, oder bei diversen anderen Panel, wir sprechen über die Praxis, wie wir es mit Jochen Schon heute gemacht haben, aber natürlich auch über die großen gesellschaftlichen Fragen. Darüber werden wir natürlich auch intensiv diskutieren. Wenn ihr dabei sein wollt und das würde ich euch dringend raten, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Homepage. Da findet ihr das Programm der Medientage, das sich schon sehr gut gefüllt hat, würde ich sagen. Und da gibt es natürlich auch den Ticket Shop. Und all das verlinke ich euch auch nach der Sommerpause in der neuen Staffel, können wir das eigentlich so sagen? Staffel? Naja, egal. Verlinke ich euch das wieder in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Das ist Media Now, der Podcast der Medientage München.